Meistens dicker. Aber egal. Ja, deswegen Nadel. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann hat Yasin einfach erzählt, dass er zu Hause diese, ähm, diese Kosmetika-Werkzeuge hat. So diese, äh, diese Super-Dinger. Vielleicht macht deine Mutter das extra aggressiv. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gut. Hilfe. Oh mein Gott. Wie hast du die verpasst, Adelis? Egal, ich zeig dir das Video gleich. Yasin, kennst du auch diese Satisfying-Videos, wo das so ausgedrückt wird? Ja. Boah, ich auch. Aber, obwohl ich mir das eigentlich gedickt habe, ne? Oh, sorry, Sandis. Ich würde aber noch, ich würde noch hier machen. Oh mein Gott. Allein, das ist, das... Weil ich wollte eh ausdrücken, alleine, aber... Aber dann kommt noch mal nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willst du gleich die Videos gucken? Ja. Nein! Das ist doch der beste Part seines. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, ja. Hahaha. Es ist so gut. Der ist auch so clean rausgekommen. Auf TikTok einfach ein Millionen Views. Ich schwöre. Die Zahl ist damit, wirst du TikTok-Famous? Ja. Ja, warte. Hä, ist das ein bisschen leer aus der Haut? Nein, es reicht. Okay. Das machen wir... Machen? Oh mein Gott. Okay, okay, gaul. Sandis, vielen Dank. Was denn mit unserem Abend richtig schön gemacht? Ich schwöre. Du hast uns den Abend so richtig versüßt. Warte, ich spüre gar nichts. Ich glaube, dass das richtig raus ist. Vielen Dank.